Über 400 Mitarbeiter des Stadtraumes der Holding Graz sorgen für eine saubere und schöne Stadt. Die Straßenerhaltung pflegt ein Straßennetz mit der Länge von 1000 Kilometer und über 200 Brücken. Der Grünraum pflegt eine Fläche von 2,4 Millionen Quadratmeter. Dem Bürger stehen hier über 4000 öffentliche Papierkörbe zur Verfügung, die mindestens einmal täglich entleert werden. Und auch im Winter greifen alle Mitarbeiter des Stadtraumes zusammen und entfernen Schnee und Eis vom Stadtgebiet. Wir schauen gemeinsam auf Graz und sorgen rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, für eine saubere Stadt.